Woche 32 Radikale Bereitschaft Es ist eine Vergeudung menschlichen Lebens, wenn man dieses damit verbringt, so lange wie möglich die Begegnungen mit dem Tod hinauszuzögern. Der Tod passt nicht in das Überlebenskonzept des Ichs hinein. Er stellt alles in Frage, was das Ich müheseelig aufzubauen versuchte. Genau entsprechend dem Widerstand zu ihm hin ist die Angst, alles, das geliebte Kind, den Partner und so weiter zu verlieren. Merkwürdig ist doch, dass die Verlustangst nur so lange andauert, bis man sich vergegenwärtigt und bereitwillig annimmt, dass man wirklich alles verlieren wird. In der bewussten Todesannahme zerfällt nicht nur die Angst, sondern alle Sorgen und Kümmernisse erweisen sich als Belanglosigkeiten. Das bisher gewährte System kollabiert. Der Tod wird dann nicht mehr als ein Angriff auf das Leben und all das, was man erschaffen hatte, wahrgenommen, sondern nur noch als Lehrer, der einem weist, nichts mehr in die Zukunft zu verschieben. Der wache Mensch will keinerlei Schonfrist vor dem Tod. Die Vorstellung, alles in diesem einen Moment aufzugeben, sprengt die Denkkapazität des Kleingeistes zur Ausweitung des Ewigen hin. Wenn ich für Wahrheit nicht bereit bin, alles in Kauf zu nehmen, dann ist es nur ein Hobby, das ich betreibe. Die vollständige Erkenntnis kostet alles. Deshalb wird in den Heiligen Schriften die volle Erkenntnis oft gleichgesetzt mit totalem Verlust. Kriyatam Yadi Kuto Pi Labyate Rupa Goswamis Padjavali Vers 14 Bin ich bereit, wirklich jeden Preis zu bezahlen für diesen Weg zur Radha Krishna? Das, was ich nicht verlieren möchte, ist der Preis, den ich nicht bereit bin zu zahlen. Auf der materiellen Ebene alles dafür herzugeben, ist ja noch das Einfachste und stellt erst den harmlosen Vorhof dar. Der Geist ist der Referenzpunkt zur äußeren Welt hin, welcher die Abgegrenztheit und die kleine Eigenheit aufrecht erhält. Wenn es um seinen Standpunkt geht, nehmen die Zahlungsbereitschaft und der eigene Einsatz bereits merklich ab. Die Frage, die immer vor uns leuchtet, ist, welchen Preis bin ich bereit zu zahlen? Wenn aus tiefstem Herzen nicht alles als Antwort kommt, heißt das, dass man sich im Finalen mit vorläufigen Abspeisen lassen möchte. Die Zunahme der Risikobereitschaft stellt eine Annäherung dar, denn es geht um einen vollkommenen Einsatz. Das Wahre fordert immer den gesamten Einsatz, das heißt das vollständige Wagnis zum Risiko. Alles andere ist nur das jämmerliche Aushandeln von Schonfristen. Den Verhandlungsmarathon darf man aber nicht mit dem inneren Weg gleichsetzen. Denn auf einem solchen geht es nie um weniger als um die gänzliche Bereitschaft. Verhandlungsmacht Untertitelung des ZDF, 2020